Nummer 3 Der HP34F Curved Monitor ist definitiv ein Produkt, das die Aufmerksamkeit derjenigen verdient, die einen hochwertigen gebogenen Bildschirm suchen, ohne ein Vermögen auszugeben. Dieser 34 Zoll Monitor ist mit einer Ultra-WQHD-Auflösung von 3440x1440 Pixeln und IPS-Technologie ausgestattet, die eine außergewöhnliche Anzeige von Bildern und Videos garantiert. Der dreiseitige Mikrorahmen verstärkt das Seherlebnis und ermöglicht dank des gebogenen Panels ein vollständiges Eintauchen in die Bilder. Eines der Merkmale, die diesen Monitor zu einer großartigen Investition machen, ist die AMD Freesync-Technologie, die den Grafikprozessor mit dem Monitor synchronisiert und so das Einfrieren und die Verzögerungen bei der Anzeige von Inhalten eliminiert. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2 Dieser gebogene Monitor von Samsung ist eine ideale Option für alle, die ein hochwertiges Display zu einem günstigen Preis suchen. Mit seinem 24 Zoll Bildschirm und der FHD-Auflösung bietet er ein beeindruckendes und scharfes Seherlebnis. Dank der lebendigen Farbwiedergabe und des verbesserten Kontrasts, den die Game-Mode-Funktion bietet, ist er besonders für Fans von Filmstreaming geeignet. Für Gamer bietet dieser Monitor außerdem einen Vorteil durch die dynamische Freesync-Synchronisation. Diese Funktion gleicht die Reaktion des Monitors an die des Computers an, wodurch Verzögerungen bei der Anzeige vermieden werden und Sie Spiele ohne Unterbrechungen oder lästige Verzögerungen genießen können. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1 Der 49 Zoll Monitor 49WL95C von LG ist ein wahres technologisches Meisterwerk. Ausgestattet mit einem gebogenen 1800R-Bildschirm bietet er ein außergewöhnliches Seherlebnis. Seine großzügige Größe macht ihn perfekt für die Arbeit, vom Büro bis zur Grafik- und Videobearbeitung. Wenn Sie es gewohnt sind, mit mehreren Programmen gleichzeitig zu arbeiten oder auf zwei Monitoren zu arbeiten, wird er die ultimative Lösung für Ihren Platzmangel sein und Ihre Produktivität erheblich steigern. Mit einem Format von 32 Neunen und einer Dual-Quart-HD-Auflösung von 5120x1440 ist das Bild scharf und lebensecht und bietet eine hervorragende visuelle Qualität. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!